In Minecraft Portal Dash versucht ihr gemeinsam aus Minecrafts Nether-Dimension zu entkommen. Bezwingt das feurige Terrain und überquert den Spielplan, um das rettende Portal zu erreichen. Stellt euch unterwegs gefährlichen Monstern und verbessert eure persönliche Ausrüstung. Um das Portal zur Freiheit fertigzustellen, müsst ihr außerdem Blöcke sammeln und mit den Piglin handeln. Nur mit der richtigen Strategie und etwas Würfelglück wird es euch gelingen, auch den Endgegner zu besiegen und gegen das Spiel zu gewinnen. Minecraft Portal Dash – das spannende Strategiespiel für ein bis vier Personen ab zehn Jahren.